ja hallo leute ein neues review heute wieder von mir und zwar geht es hier um dieses mundstück von ice drops habe ich bekommen in der messe in frankfurt ja was kann das denn es ist mit liquid gefüllt also gel liquid und das muss man auch in die friertruhe tun ja ihr kennt vielleicht hier dieses themm in deutschland mittlerweile bekannt als eis bazooka das hier ist noch der originale mystic eishaus tipp aus den usa vielleicht erinnert euch an das review zwar vor ein zwei jahren haben wir den hype damit nach deutschland gebracht war noch ein bisschen teurer ja das ganze hier legt ihr genau wie den eishaus tipp in das gefrierfach statt aber irgendwo auf den schlauch zu stecken braucht ihr einen silikonschlauch steckt das ganze in einen silikonschlauch ja so sieht das ganze dann aus der nachteil und der vorteil dieses ding also es kühlt auf jeden fall der nachteil ist man muss es halten ich halte es ja immer hier unten irgendwie weil es halt doch sehr sehr kalt ist ich würde sogar sagen kälter ist der mystic eishaus tipp das könnte wiederum daran liegen dass das ding hier eine doppelwand hat und dass es komplett mit liquid gefüllt ist beim eishaus tipp oder bazooka bomb wie man ihn auch nennt in deutschland sind hier mehrere kleine gelpäckchen drin verbaut das ganze wirkt auch ein bisschen hochwertiger das problem ist halt wirklich man kann es nicht wirklich anfassen weil man es nirgendwo reinstecken kann es sei denn ihr habt einen schlauch wo das ganze hier mit dieser ganz dünnen öffnung einpasst ich habe keinen gefunden ich gucke gerade nochmal rüber es ist doch kein schlauch der so eine große öffnung hat oder so daher schade ne ja der wird bald in deutschland zu kaufen sein was er kostet weiß ich nicht wollten sie nicht ganz verraten beziehungsweise hatten auch keine vorstellung und ja hier oben wird das alles dann so ein bisschen feucht allgemein wird das alles von dem tau etwas feucht könnte unangenehm sein man spürt beim rauchen auf jeden fall diesen frische effekt diesen kühle effekt rauchen tue ich auf dem batscher kopf mit zwei lang die graale folie mit drei briquots alles gelocht ich rauche den plumint was meiner Meinung nach perfekt dazu passt ich habe jetzt einfach mal im vergleich beide raus geholt und schaue mal ob sich da was tut ja ich habe das ganze schon mal getestet was mir auf jeden fall auffällt wenn man beide raucht ist bei der eisbomb oder mystik eishustipp kommt dieser kühle rauch ein bisschen intensiver rüber da spürt man dann auch im hals dass das kühler ist das kann daran liegen dass man hier ja direkt durch die dass der rauch direkt durch die gelpads gezogen wird und hier ist die kühlflüssigkeit von außen ähm ja also ich würde schon sagen dass man also man merkt den unterschied bei dem eishustipp ist das ein bisschen intensiver am anfang jedoch ist mir aufgefallen wenn ihr in der wohnung raucht zum beispiel der so so guck nennt er sich äh etwas kühler auf längerem zeitraum da er wahrscheinlich viel mehr flüssig also gelflüssigkeit also diese liquid gel äh vorhanden ist in diesem gerät hier nenne ich es jetzt einfach mal es ist halt wirklich schade dass äh man den nirgendwo reinstecken kann weil man es direkt anfassen muss ansonsten muss ich sagen von der verarbeitung ist es ganz gut mir fällt jetzt gerade nur auf jetzt kriege ich noch nicht mehr ab doch dass man hier unten leichte klebereste sieht das sieht auch eher aus als wäre es erhitzt worden um es drauf zu kleben ja ansonsten ist der kühleffekt davon sehr gut ähm das ist der nachteil dass man ihn nicht anfassen kann gegenüber zum eishaus tipp der eishaus tipp kühlt am anfang ein bisschen stärker als dieses ding aber im laufe der zeit gleicht es das eigentlich aus so gut er hält auch ein bisschen länger daher gibt sich daran nicht so viel was zum beispiel der vorteil von diesem ding ist wenn ihr draußen sitzt ja es ist wirklich warm die tage war es mal über 30 grad ja und dann habt ihr was dann kühlt das nochmal in der hand da kann es schon wieder ein vorteil sein was aber auch wiederum fast ein nachteil ist weil das ding schwarz ist und ich glaube das zieht halt es zieht halt einfach die hitze an und es könnte dann sein dass es nicht so lange hält wir hatten das verglichen in der sonne hat hier dieses ding ungefähr zehn minuten oder viertelstunde länger gekühlt allerdings war es dann auch nicht mehr so ein riesen kühleffekt das war vielleicht wie ein paar eiswürfel in der boots oder so also zwar kein großer kühleffekt da aber er war noch vorhanden auch positiv finde ich halt wirklich dass er dauerhaft ständig diese selbe kühlleistung bringt beim eishaus mich stört das teilweise ein bisschen dass das so stark wird und dann auch wieder so stark nachlässt er hat mit diesem zeitraum von der stunde also in der wohnung ist es ein bisschen länger aber draußen geht es für einen kopf also stunde anderthalb je nachdem wie warm es draußen ist hat er auf dauer hin eigentlich fast dieselbe kühlleistung beim rauchen finde ich das ding auch ein bisschen angenehmer weil es halt nicht so intensiv kühlt sondern halt ständig gleich aber im großen und ganz oft zeigen geben die ganz geben die dinge sich das nicht das heißt wenn ihr schon eine bazooka habt behaltet eure bazooka wenn ihr noch gar nichts habt und euch entscheidet so etwas zu kaufen und es euch nicht stört hier was kaltes anzufassen kann man es kaufen wenn es nach deutschland kommt ich denke mal das richtet sich nach einem preis auf jeden fall wenn es kommt und ihr sagt hey das wäre was für mich sowas will ich könnt ihr mit diesem ding nichts falsch machen sofern es euch nichts macht dass ihr etwas kältere hände bekommt beziehungsweise von dem ganzen tau dann vielleicht auch etwas feuchtere hände ansonsten kriegt das ding von mir 9 von 10 punkten der nachteil ist wirklich dass man es anfassen muss ansonsten kann man mit dem ding nichts falsch machen gerade im sommer draußen hat man halt nur noch frische kühle hände ja ich hoffe euch hat es gefallen das war es dann von mir bis zum nächsten mal